Ist das nicht kompletter Wahnsinn, was an unseren Schulen derzeit ausgeteilt wird? Die Landesregierung hat eine Comicbroschüre in Auftrag gegeben, die ersten Schulen haben sie schon, wo die Covid-Umgangsformen den Kindern beigebracht werden sollen. Diese Comics strotzen von pädagogischen Fehlern, hier werden Kinder angeschrien, es gibt Schadenfreude, wenn ein Kind vom Stuhl fällt, soll nicht geholfen werden. Also der Zugang entzieht sich hier ganz vielen Menschen. Zahlreiche Eltern haben uns auch in den letzten Tagen diesbezüglich kontaktiert, weil das erinnert wirklich an chinesische Propaganda, die wir in Südtirol eigentlich in dieser Form nicht kennen. Nach der Broschüre, nach der sogenannten Muslimbroschüre vom letzten Jahr, scheint Landesrat und die Landesregierung hier wirklich nicht dazugelernt haben. Und ich kann es einfach nicht verstehen, denn wenn das irgendeine Lehrerin in einer kleinen Schule von sich privat gemacht hätte, dann wäre das eine Sache. Aber dass man hier auf Landesebene von höchster Stelle so etwas in Auftrag gibt und verteilen lässt, das passt auf keine Kuh hat. Covid wird uns in dieser Landtagswoche auch noch weiter begleiten. Wir haben hier auch einen Beschlussantrag eingebracht. Und zwar, Sie können sich bestimmt erinnern an den famosen 600-Euro-Bonus, wo ja sehr viele Politiker auch zugegriffen haben, aber gleichzeitig jenen Menschen nicht geholfen haben, auch hier im Landtag, die durch den Rost gefallen sind. Und wir möchten hier jetzt auch einen Offenbarungseid des Landtags und der Landesregierung, um genau jenen zu helfen, die bis jetzt nichts bekommen haben. Das sind zum Beispiel Jungunternehmen, die gerade erst ihren Betrieb gegründet haben, erst wenige Monate in Arbeit sind und gleich schon bei hohen Kosten kein Einkommen hatten, sei es März, April, Mai, aber auch später, dass man hier auch jenen den Zugang zu den Hilfen gewährt. Das Gleiche gilt für die Covid-Soforthilfe, die im Juli ausgelaufen ist. Oder auch die ganzen Ankündigungen, zum Beispiel die Mitarbeiter des Weißen Kreuzes, die wirklich Höchstleistung gebracht haben in den intensiven Wochen und Monaten der Pandemie, wo es geheißen hat, denen wird geholfen und werden mir auch Geld zukommen lassen. Die haben nichts bekommen und auch eine weitere Ankündigung, das Familiengeld der Landesrätin DEG, um eben Einkommensverluste zu kompensieren. Im Mai angekündigt, bis heute nichts passiert. Aktuelle Fragestunde, so beginnt ja auch immer die Landtagswoche. Auch hier sind ein paar Sachen, die dringend zu klären sind, zum Beispiel die ganze Testreihe, die der Tourismus ja macht. Wir wissen, dass hier die zweite Testphase des Projekts Südtirol Testet angelaufen ist. Es werden hier tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismussektor getestet. Und es macht schon einen Unterschied, wer die Sause zum Schluss bezahlt. Ob die Hoteliere das selbst machen oder ob die öffentliche Hand für diese Testserien aufkommt. Eine andere Entscheidung mitten in der Erntezeit auf der Eppaner Straße im Bereich Frank-8-Billhof. Hier wurde ein Verbot ausgesprochen vom Landesrat Alfreider, die Strecke mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen zu befahren. Wie gesagt, mitten in der Erntezeit. Es staut, die Traktoren kommen weder auf den Kreisverkehr hinein noch heraus. Alle Anrainer und Bewohner wissen das, dass das eine zusätzliche Belastung ist. Und es bereitet sogar Risiko, weil viele dann, weil sie eben so lange warten müssen, dann noch schnell hinten schon vielleicht Autos hupen, dann noch schnell auf die Straße müssen. Und auch hier, bitte soll mir irgendjemand der Landesregierung erklären, wie man so eine Entscheidung treffen kann, dass ein Kreisverkehr zum Hotspot wird. Zu den weiteren Anfragen verweise ich auf unsere Website. Dort haben wir natürlich alle aufgelistet. Ich kann nur Folgendes sagen, dass diese Landtagswoche sicher eine Woche sein muss, wo die Landesregierung endlich beweisen muss, dass sie wirklich für die Menschen arbeitet und auch differenziert Hilfe leistet und nicht immer diese Pauschalhilfen, wo bis zum Schluss allen und nicht den richtigen Leuten geholfen wird. Und das ist das, was wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen,